So, Kaffee hinter die Binde gekippt und Hallöchen! Zurück zu Minecraft Aquatid! Und während wir darauf warten, dass unsere Eier schlüpfen und das Gewitter mal aufhört, wollten wir hier noch ein bisschen Holz fällen und ein bisschen Bäume pflanzen und so. Dafür müssen wir aber erstmal warten, bis die Setzlinge da sind. Nein! Nein! Mein Stumpi ist zu kurz, ich komm nicht dran! Na, okay. Wir wollen mal keine Witze machen über Menschen, die körperlich eingeschränkt sind, ne? So, mal gerade was essen. Ich weiß, da kommt ein Creeper, aber wir können schnell was essen. Noch besser am Wasser. Und bleibt auch da. Wow, weißt du, nicht mal die Fische direkt daneben hat es irgendwie beeindruckt. Bester Creeper von Welt. Äh, nein. Ja, ist doch gut jetzt! Boah, ist das laut! Danke. Da hin. Da hinten rennt noch ein Skelett rum. Aber es auch... Ach, da haben wir auch noch Bambus. Stimmt ja. Warte, wir machen jetzt so ein... So ein Assassin's Creed Angriff hier auf das Skelett. So, war nicht ganz so gut, aber... Aua! Aua! So. Hm. Nein, guck mal. So, YouTube verändert ja immer so ein bisschen, was ich so ein bisschen erzählen wollte. Fangen wir mal andersrum. Die häufigste Frage ist... Wie kann man auf YouTube noch erfolgreich werden? Das ist die häufigste Frage. Keine Ahnung warum. Das ist die häufigste Frage. Ja, äh, da hin. Boah, dieses Gewitter. Ich verstehe von der Musik gar nichts mehr. Hm. Wir gehen mal gerade schlafen in der Hoffnung, dass das aufhört, weil das ist ja nicht tragbar. Das ist so laut. Nein. Äh, die häufigste Frage ist echt... Ähm... Kann man es auf YouTube überhaupt noch schaffen? Oder, oder, oder? Ja. Ja. Und... Ironischerweise werde ich das oft gefragt, obwohl ich gar kein Erklärkanal bin oder so. Es liegt vielleicht einfach daran, dass ich, abgesehen von Fortnite, ne, weil im Moment gibt es ja ganz viele neue Riesenkanäle durch Fortnite. Aber, äh, vielleicht liegt einfach daran, dass der Kanal hier ständig wächst und schon eine kleine Größe erreicht hat. Und eben kein Fortnite macht. So. Gut. Äh, die Sache ist einfach die... Warte, Auge juckt. So. Die Sache ist einfach die, man muss sich sehr, sehr viel mit YouTube auseinandersetzen. Und das machen die wenigsten. Leider. Äh, können wir die schon wieder... Na, wir können erstmal hier... Danke. So. Geh doch mal weg hier. Ich möchte da... Ja, da machen wir es so rum. Warte. Ja, ach, doch kein Obsidian. Bin da kaputt. Nehmen wir gerade einmal Erde. Machen wir gerade so, weil die hängen immer an der Eingangstür. Und dann kommt man da nicht rein, ohne dass sie abhauen. So. Wie viele kleine haben wir denn? Zwei, drei, vier. Ja, pass auf dann. Du noch? Das war's. Hier, komm. Geh mal weg. Kleiner. Kleiner. Da. Oh, pfff. Geschafft. Das können wir denn wieder da reintun. So, jetzt haben wir nämlich ein bisschen Leder. Neun Stück genau genommen. Nein, aber man muss sich, also man muss sich halt so ein bisschen überlegen. YouTube ist ja nichts anderes wie ein, ja, Unternehmen. Letzten Endes ein Unternehmen. Und ein Unternehmen will was? Und ein Unternehmen will Geld machen. Klar, logisch. So, wir brauchen viel mehr Bambus. Also viel mehr Zuckerrohr. Hatten wir nicht irgendwo schon Zuckerrohr gebunkert? Wir gucken mal gerade. Also wenn da hinten in der Müllkiste, aber... Nö. Nö, aber Setzlinge? Nö. Hier ist sonst nichts. Okay. Gut, da müssen wir mal ein bisschen Zuckerrohr anpflanzen. Mh, YouTube ist halt ein Unternehmen, ne? Und YouTube will natürlich auch irgendwie Geld verdienen. Und YouTube hat auch harte Konkurrenz. Und zu dieser Konkurrenz zählt unter anderem vor allem auch Netflix, Amazon Prime und diese ganzen Video-Streaming-Dienste. Weil letzten Endes ist YouTube eine Streaming-Plattform, ne? Klar. Erstmal logisch. Nur mit dem Unterschied, dass da... Gott und die Welt Videos machen kann. Entschuldigung, du gehörst hier nicht hin. Nein, nur mit dem Unterschied, dass da alles und jeder Videos machen kann. Das ist der große Unterschied. Das geht bei Netflix oder so nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Aber... Das heißt, YouTube muss einen Weg herausfinden, zu erkennen, was ist gewünscht und was nicht. Nö, so. Das heißt für dich als Creator oder als Kanalbetreiber oder als was auch immer, herauszufinden, was mag ich, was mache ich gerne, aber ist gleichzeitig auch gewünscht. So. Dann gibt es jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, so what? Ich mache das, worauf ich Bock habe und nicht das, was gewünscht ist. Dann hast du aber natürlich das Problem, dass du unter Umständen qualitativ wunderbaren Content machst, den aber einfach kein Mensch sehen will. Dann kannst du machen, keine Frage. Es stört dich niemand dran. Darfst aber natürlich auch nicht erwarten, dass dein Kanal irgendwann mal die Millionenmarke knackt. Es ist ja immer noch die Millionenmarke. So, Holz haben wir schon mal ein bisschen für die Bücher. Dann brauchen wir nur noch mehr Leder, dass, äh, mehr Bambus wollen. Also Zuckerrohr, Mann. So. Das heißt, als allererstes, als allererstes geht man hin, wenn man jetzt sagt, man möchte YouTube machen und man möchte versuchen, es erfolgreich zu betreiben. Wobei ich diesen Kanal hier auch nicht als erfolgreich ansehe, aber es ist vielleicht einfach Interpretationssache. Machen wir mal Essen. Und die erste Aufgabe, die du halt dann hast, ist zu überlegen, was kann ich gut, was mag ich gerne und wie könnte ich das, was ich gerne mag, so machen, dass andere Spaß daran haben, ist zu gucken. Das ist ja letzten Endes der, der, der Konsens, ne? Leute gucken Videos, weil sie unterhalten werden wollen und du machst Videos, weil du möchtest unterhalten. Oh, jetzt habe ich hier einen Block gelassen, ne? Jetzt hätten wir so ein bisschen reinklettern können. Nicht so schlau. So. Das ist ja, das ist der Hauptaspekt. So, das ist Nummer 1. Nam 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 nam. Gut. Nummer 2. Ist dann sich zu überlegen. Auch noch nicht geschlüpft. Okay. Nummer 2 ist sich dann zu überlegen. Okay. Ich habe jetzt ein Thema gefunden. Sagen wir mal. Du spielst gerne Videospiele, ne? Let's Plays sind natürlich immer der Place to be. Habe ich aber da gute Chancen entdeckt zu werden. So. Müssen wir hier echt mal wieder um. Wollte mal gerade nach den Schildkröten gucken, ne? Habe ich da Chancen entdeckt zu werden. Und dazu sage ich, ja. Hat jeder, egal mit welchem Thema. Let's Plays gibt es unendlich viele. Ne? Die Konkurrenz ist groß. Es ist Konkurrenz, ja. Die Konkurrenz ist groß. Haben wir noch Weizen? Ja, aber nur noch einen. Okay. Und gegen diese große Masse muss man sich durchsetzen und von der abheben gleichermaßen. Klingt ein bisschen komisch, ne? Weil man sagt so, ich muss mich durchsetzen. Aber auch abheben. Weil abheben ist ja eigentlich sich ein bisschen trennen von dieser Masse. Gleichzeitig sollst du dich aber durchsetzen. Klingt erstmal komisch. Okay. Hat aber einen ganz einfachen Gedanken. Wir müssen mal dieses Loch hier schließen. Müssen unbedingt mal Schaufel machen und dieses Loch hier schließen und es irgendwie umverlagern und hier ein paar Gehwege hin machen. Und das müssen wir auch noch fertig machen. Oh mein Gott, wir haben so viel zu tun. Sollte weniger labern und mehr machen. Zack. So. Machen wir das schon mal? Hier war auch noch Holzkram drin, den wir gerade rüberwerfen können. Aber Sandkram war hier noch drin. Da, da, da. So. Die Sache ist jetzt die, viele denken dann so, oh mein Gott, ich soll das Rad neu erfinden oder ich soll, keine Ahnung, nee, Sand war hier, ne? So. Oder ich soll vielleicht irgendwie versuchen, alles anders und alles neu zu machen. Nein, darum geht es nicht. Das ist ja auch das, was viele falsch interpretieren, ne? Mit Lars, was hast du hier geklaut und Lars, was hast du da geklaut? Das ist, das ist vollkommener Mumpitz. Nee, da oben. Das wolle. Das ist vollkommener Mumpitz, denn Entwicklung entsteht immer durch das Nehmen von bereits Bestehendem und das Abwandeln, ne? So. Weil, wenn wir es so sehen, dass wir sagen, okay, ähm, man darf nur Neues nehmen, ne? Also man darf nur wirklich das, was neu ist, nehmen. der Rest wäre ja geklaut, in Anführungszeichen. Dann sage ich dir gleich, viel Spaß. Warte, wir brauchen noch eine Schaufel. Viel Spaß, das wird nämlich gar nicht möglich sein. Wenn du nicht gerade das Jahrtausend Genius bist, wird das nicht möglich sein. Denn, so etwas komplett Neues fällt nicht, äh, kannst du dir nicht ausdenken, das fällt vom Himmel. Das, das ist einfach, wie kriege ich denn hier wieder alle Items rein? Ich will hier, so, ne? Ich glaube, so ist das. Äh, na gut, das hätten wir so jetzt jetzt auch getan. Ich will ja eine Schaufel machen. Zack, und Zack, Wunderbärchen. so, es ist halt einfach so, dass du dir gar nicht selber was Neues einfallen lassen kannst. Das geht nicht. Dein Gehirn macht das nicht mit. Weil dein Gehirn kann immer nur Verbindungen ziehen zu bereits Bekanntem. So, wo war Dört da, ne? Zu dir bereits Bekanntem. Das heißt, dein Gehirn versucht immer, ach, komm, du mal gerade den Knochen rein. Dein Gehirn versucht immer, was auch immer du dir ausdenkst, anhand von bereits Bekanntem abzubilden. Ja, das heißt, es ist einfach schier unmöglich, dir was komplett Neues ausdenken zu wollen. Es ist, hängt immer in irgendeiner Form mit etwas zusammen, was bereits existiert. Ja? So. Und genau so musst du auch an YouTube rangehen, ne? Nimm, man nennt das im Übrigen Benchmarking, ne? Nimm bereits bekannte Dinge, guck sie dir an, guck, welche funktionieren. Guck, welche funktionieren. Und guck auch realistisch, welche funktionieren, ne? Die meisten nehmen ja immer Gronkh, so als Paradebeispiel. Wenn wir aber jetzt mal die Kanalstatistiken von Gronkh nehmen und die vergleichen mit anderen Kanälen, dann ist auffällig, dass Gronkh sehr stabil ist, ne? Also der Kanal ist sehr stabil, die Views sind sehr stabil, ist alles okay für den Herrn Range, aber aus der Sicht der Effektivität und aus der Sicht der, der heutigen anderen YouTuber und anderen Kanäle, mit denen man ihn dann vergleichen müsste, zeigt doch, dass, ähm, der Kanal nicht schlecht ist, aber noch lange nicht das Paradebeispiel. Es gibt Kanäle, die da weitaus besser performen, die da weitaus besser funktionieren, einfach, weil sie sich der Zeit anpassen. So, und da man immer Gronkh als Paradebeispiel nimmt, muss man auch einfach sagen, Gronkh versucht sich nur bedingt der Zeit anzupassen, weil er ist ein klassischer Let's Player, ne? So, und er möchte auch dieses klassische Let's Playing beibehalten und das hängt mit einem Punkt zusammen, zu dem wir dann ein bisschen später kommen, nur zur Erklärung, ne? Also nicht denken, dass wir das irgendwie so abpitchen. So, Au! Ja, sehr geil! Sehr, sehr geil! Hm, so, und so, und da müssen da noch eine Treppe, da noch eine Treppe, da noch eine Treppe rein, dann sieht der Überhang auch schon viel, viel besser aus. Gut. Aber, ich würde sagen, wir machen für diese Folge Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann quatschen wir ein bisschen weiter über YouTube-Kanäle, Statistiken, wie funktioniert was und so weiter. Aber bis dahin, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein und, äh, ciao! Mit, ciao!